Mein schönster Termin der Woche war, dass ich bei der St. Matthäus Gemeinde hier in Hufding bei der Eröffnung des neuen Spielplatzes dabei sein konnte. Pastor Bublitz und seine Gemeinde leisten hier ganz wertvolle Arbeit in einem schwierigen Stadtteil, insbesondere im Bereich der Integration, aber auch in der Erziehung von Kindern. Mit dem Spielplatz wird insbesondere die Bewegung der Kinder angeregt und es hat mir viel Spaß gebracht, meine Geburtstag heute mit den Kindern hier in Hufding zu verbringen.